Wenn du es anziehst, steigt die Leidenschaft in dir. Die Schuhe auf Hochglanz poliert. Die Anweisungen des Trainers verinnerlicht. Oben hörst du schon die Fans. Ein letzter Schluck aus der Pulle. Und dann weißt du, es ist soweit. Dazu gibt es den ersten Beitrag über eine Hansa-Legende, die jedem Hansa-Fan ein Begriff sein sollte. Mike Werner. Und jetzt geht es, denke ich. Jetzt geht es aber los. Okay, dann. Bitte schön. Ist das nett hier. Dank dieser Haarpracht ist er ein Kultkicker in ganz Deutschland. Eine Legende, dank Oliva und Fokuhila. Aber für die Hansa-Fans steht Mike Werner auch für was anderes. Einsatz und Leidenschaft, das ist und war die Kocke für den inzwischen 39-Jährigen immer. Ich war früher nie dieser Techniker, so wie es heutzutage ist, so wie Paule. Oder wie gesagt, es waren ja mehrere Techniker gewesen. Ich war ein Kampfschwein. Und wenn es bei mir nicht lieb, sage ich jetzt mal, aber was ich immer gemacht habe, gekämpft. Und das war eigentlich das, als Arbeiter, wie gesagt, das war das eigentlich, was Hansa immer ausgezeichnet hat. Das vermisse ich jetzt manchmal. Und dass sie mich dann gerade ausgesucht haben mit dieser Rhesur und irgendwo passt das aber auch. Das ist halt wirklich die DDR-Zeit, so wie es früher mal war oder ich sag mal die Vergangenheit. Mit langen Haaren, mit Kampf, mit alles. Heutzutage ist es ja ein ganz anderes Spiel, wie was früher war. Einst entdeckt von Speer Jürgen Decker gehört Mike Werner zu jenen Helden, die einst die letzte Meisterschaft und den letzten Pokal der DDR holen konnten. Schon damals, 1991, kam der gebürtige Spremberger mit dieser außergewöhnlichen Matte an die Ostseeküste. Aber nicht wegen einem schrägen Haarschnitt schaffte es Werner, den damaligen Trainer Uwe Reinders von sich zu überzeugen. Und entstanden ist es eigentlich, haben sie mir nachhinein erzählt. Ich habe dann im Zweikampf Uwe Reinders umgehauen. Und der war dann so fasziniert, dass so ein junger Dachs von dritten Liga oder was wir damals waren, dass der sich keine Platte gemacht hat, die ihn umgehauen hat. Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Haben sie mir nachhinein erzählt, Floppy Decker hat mir erzählt und der Reinders ja auch dann. Wer denkt, Mike Werner hat es nur eine ungewöhnliche Frisur angetan, der irrt. So begeisterten ihn auch Cowboystiefel und Motorräder. Trennend hat sich der 27-fache Junioren-Nationalspieler von seinem geliebten Vokohila aufgrund eines kompletten Umbruchs. Nach seiner Scheidung begann für Werner ein neuer Lebensabschnitt. Bei seiner zweiten Hochzeit allerdings durften die Cowboystiefel und entsprechende Lederkluft nicht fehlen. Nachdem der Kultkicker aufgrund eines Kreuzbandrisses seine Karriere beenden musste, zog es ihn von Graal Müritz über Neustrelitz nach Ribnitz-Dammgarten, wo Mike Werner nicht nur Spieler, sondern auch Trainer war und zweimal mit der Mannschaft aufsteigen konnte. Zwar nicht mehr beim Verein in Ribnitz aktiv, lebt er dennoch weiter glücklich mit seiner Familie dort und sucht nun den Neuanfang. Einen Neuanfang nicht nur beruflich, sondern auch beim FC Hansa als Jugendtrainer. Ich bin jetzt bei der C1. Es macht absolut Spaß. Und es ist schön zu sehen, sag ich jetzt mal, weil ich das ja auch hinter mir habe, mit der KTS, mit das gleiche Ding, wie Scheiße sie bauen und was nicht, haben die alles früher gemacht. Und mein Ziel ist es wirklich, dass dann, und wenn es bloß zwei oder ein Spieler ist, dann irgendwann mal sagen, das war das Geilste, was es gab, sag ich jetzt mal, dass die Mike als Trainer hatte. Das ist eigentlich jetzt mein Ziel. Einsatz und Leidenschaft, das ist es, was Werner den jungen Spielern beibringen und vermitteln möchte. Das, was ihn für viele Hansa-Fans nicht nur wegen seiner Frisur zum Kultkicker hat werden lassen. Okay, in der Gästekabine angekommen von Mike Werner geht es nun zu Stefan Beinlich. Paule, bevor wir nach draußen gehen, die erste Frage, hältst du dich eigentlich noch fit? Schnürst du öfter mal die Schuhe? Ja, die Fußballschuhe eher weniger. Einmal die Woche probiere ich es am Sonntag. Wenn die Jungs auslaufen haben, trainiere ich mit denen, mit denen nicht gespielt haben. Bin dann immer so ein bisschen der Schwachpunkt, die Jungs müssen für mich mitlaufen. Aber ich probiere zwei, dreimal die Woche auch noch was zu machen. Schuhe ist ein gutes Stichwort. Ich habe gestern meine Schuhe rausgesucht. So sehen sie aus. Das sind meine sogar besser. Ja, genau. Gab es früher eigentlich Strafen, wenn die Schuhe nicht geputzt wurden, wenn die so ausgesehen haben? Ja, also du hattest ja dann im Profibereich Vereine, wo dir die Schuhe geputzt wurden, andere Vereine, wo du es selber geputzt hast. In den Vereinen, wo du selber dafür verantwortlich warst und bist mit dreckigen Schuhen rausgekommen, gab es auch gerne mal eine Strafe. So, bevor wir über die aktuelle Mannschaftssituation zu sprechen kommen, wollen wir ein bisschen die Vergangenheit aufleben lassen. 2006 bist du zu Hansa zurückgekehrt. Warum eigentlich zu Hansa zurückgekehrt und warum eigentlich dann auch bei Hansa geblieben, auch in Mecklenburg-Vorpommern? Weil ich der Meinung war, erstens, dass Hansa nicht in die zweite Liga gehört. Er hat mir damals in der zweiten Liga gespielt. Ich davon auch überzeugt war, dass man mit dieser Mannschaft, wenn man sie etwas verstärkt, aufsteigen kann. Und Rostock, ja, der Verein ist im Grunde genommen mein Zuhause. Warum das so gekommen ist, das lag an der Zeit wahrscheinlich von 1994 bis 1997, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe hier. Wir ja auch aus der zweiten schon mal in die erste Liga aufgestiegen sind. Und schöner leben als in Mecklenburg-Vorpommern kann man eigentlich nicht. Da muss ich dir natürlich recht geben. Wir waren vorher, das habe ich ja gesagt, bei Mike Werner zu Gast. Einer, der auch bei deinem Abschiedsspiel dabei war. Gab es eigentlich jemanden, der bei deinem Spiel, bei deinem letzten Spiel nicht dabei war? Wen du eigentlich dabei haben wolltest? Matthias Breitkreuz, ja. Den hätte ich gerne dabei gehabt. Er hat dann leider kurzfristig zwei Tage vorher oder einen Tag vorher abgesagt, aus persönlichen Gründen, Krankheitsgründen. Den hätte ich gerne dabei gehabt, was die Hanseaten angeht. Und von den Allstars war auch der eine oder andere Carsten Ramelos kurzfristig krank geworden. Aber sonst war das schon eine ungelingene Sache. Also mir hat es Riesenfreude. Wenn du Jungs jetzt spielen siehst, juckt es da dann ab und zu noch an den Füßen? Will man selber nochmal raus? Ja, vor allen Dingen jetzt gerade dieses Spiel, oder was heißt gerade, ist ja schon ein paar Wochen her, gegen Dresden. In Dresden 30.000. Da dachte ich schon, Mensch, jetzt nochmal umziehen. Aber dann hätten wir da, glaube ich, keinen Punkt geholt. Deswegen ist das so, wie es jetzt gekommen ist. Ich bin ja auch 38. Es ist, glaube ich, der richtige Weg. Sonst würde ich immer noch gerne Fußball spielen, aber irgendwann holt dann das Alter dann so ein, dass es auch nicht mehr reicht auf dem Platz. Okay, umziehen hast du schon gesagt. Wir ziehen uns jetzt gleich um. Und bevor wir dann rausgehen, ein bisschen zeigen, was der Stefan noch so drauf hat mit dem Ball, gibt es einen nächsten Beitrag über einen Jugendspieler, der gerade sein Debüt in der U16-Nationalmannschaft gegeben hat. Vor allem geht es darum, dass wir weiter viel Fußball-Nachvuchs hier in Rostock haben, dass wir eine Basis schaffen für den sportlichen Erfolg des FC Hansa. Und für die Stadtwerke ist es natürlich ein Image-Träger, den wir gerne unterstützen und sagen, so bringen wir jugendliche, junge Leute, Nachwuchskader eben zum Leistungssport. Und er ist einer dieser jungen Spieler, die in der Nachwuchsakademie ausgebildet werden, Sebastian Sünwold. Und das mit Erfolg. So konnte der 15-Jährige beim letzten Besuch in der Heimat Pützow von seinem ersten Spiel für eine deutsche Auswahlmannschaft berichten. Im November durfte der Stürmer bei den Siegen der U16-Nationalmannschaft gegen Russland sein Können zeigen. Das Fußballspielen erlernt hat er beim TSV Bützow unter seinem Jugendtrainer Heiko Kopplow, mit dem er auch heute noch regelmäßig Kontakt hält. Bereits in ganz jungen Jahren ist ihm das Talent des kleinen Sebastian aufgefallen. Ja, also das war eigentlich so das, was ich mir vorgestellt habe beim Bastel. Als ich ihn damals die ersten Spiele spielen sehen habe und dann auch unbedingt zu mir holen wollte, habe ich gleich gesagt und gesehen, aus dem wird mal was. Die Aufnahme da bei den Spielern, das war eigentlich sehr gut. Man konnte sich schnell einleben da. Und natürlich beim Länderspiel. Ich habe ja zweite Halbzeit gespielt und das war schon ein geiles Gefühl. Heute trainiert der Bützower unter der Leitung von Ex-Hansa-Profi Jens Dove und konnte in diesem Jahr mit der Kogge den ersten Titel einfahren. Mit einem Sieg über den FC Energie Cottbus feierte man den Gewinn des NOF-Hauptpokals in der B-Jugend. Sebastian Sühnwold ist wohl ganz sicher einer, den die Anhänger des FC Hansa Rostocks im Auge behalten sollten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Paule, auf dem Platz sozusagen. Dann kommen wir auch auf die aktuelle Mannschaftssituation zu sprechen. Wir haben schon gesagt, alles zu deiner Zufriedenheit. Hast du da ein bisschen am Anfang der Saison geliebäugelt oder überrascht dich das komplett? Nein, das überrascht mich schon. Natürlich hast du damit geliebäugelt, dass wir das Ziel auch rausgegeben, dass wir in einer Spitzengruppe mitspielen wollen. Aber dass diese Mannschaft, die im Sommer komplett neu zusammengewürfelt wurde, plus ein neuer Vorstand, plus ein neues Trainerteam, dass das alles so schnell greift, damit war nicht zu rechnen. Es gibt viele Teams, die sagen, in der Rückrunde wird es entschieden, am Anfang der Rückrunde, wie man da reinkommt. Man kann die Hinrunde, wer weiß wie gut gespielt haben. Was werdet ihr tun, damit ihr den Start in die Rückrunde perfekt eingleitet, damit das so weitergeht? Genauso, wie wir es bisher auch getan haben. Eine offene, ehrliche Arbeit. Das Wichtigste, das was für uns zählt, ist, dass eine Mannschaft funktioniert. Und nicht nur im Erfolg funktioniert, sondern die Mannschaft hat es ja auch gezeigt, dass sie mit Rückschlägen umgehen kann. Und das kriegt die Mannschaft sehr gut hin. Wir werden normal am 5. Januar wieder anfangen, werden dann ins Trainingslager fahren für sieben Tage und dann das erste Spiel Erfurt gleich ein Derby. Wir hoffen, dass sehr viele Zuschauer kommen und wollen dann wieder auch nahtlos an die Leistungen anknüpfen, die wir in der ersten Halbserie gebracht haben. Aber da hast du recht, es ist unheimlich wichtig, wie du auch aus den Startlöchern rauskommst, klar. Als du begonnen hast, hast du gesagt, ganz wichtig ist uns diesmal eine Mannschaft zu holen. Wir hatten es bei der letzten Saison gute Spiele, aber keine Mannschaft. Eine Mannschaft entscheidet sich aber dann, wenn es gerade nicht so gut läuft. Derzeit läuft es rosig. Hast du Bedenken, wenn die ersten Spiele vielleicht in die Hose gehen, dass die Mannschaft charakterlich doch nicht so weit ist, wie man vielleicht denkt? Nee, eigentlich nicht. Wir wissen es nicht genau, weil wir noch nie einen großen negativen Lauf hatten, bis auf einige Rückschläge, die immer wieder auch passieren. Auch in Spielen oder wie ich schon sagte, was Verletzungen angeht. Aber ich glaube, wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die aus Führungsspielern bestehen und halt auch Spieler haben, die sich führen lassen. Also diese Häuptlinge- und Illianer-Geschichte, die aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist. Also deswegen glaube ich eigentlich, diese Typen haben wir. Und auch wenn wir mal Spiele verlieren werden, wovon ich nicht ausgehe und hoffe auch, dass es nicht eintritt, dass dann trotzdem die Ruhe bewahrt wird, wie sie jetzt im Erfolg auch bewahrt wird. Das übertreibt ja auch keiner. Es ist schön, aber man übertreibt es nicht im positiven Sinne. Und genauso möchte ich das dann auch, dass das die Mannschaft hinbekommt, wenn es mal nicht so laufen sollte. Okay, bevor wir anfrieren, werden wir uns ein bisschen bewegen. Für die Zuschauer gibt es was zu gewinnen, nämlich fünf Freikarten für das nächste Spiel gegen Erfurt. Polo hat gesagt, das Stadion soll voll werden. Wir bereiten uns ein bisschen vor, danach geht es noch ein bisschen Wett jonglieren. Und was wir mit den Bällen danach machen, das sagen wir auch. Wunschliste Ein Flug in den Weltraum. Schwierig. Durchschnittlich 40 Grad im Jahr. Nur schwere. Hansakarten gegen Erfurt. Unmöglich. Aber bei uns. Und zwar gibt es 5x2 Freikarten zu gewinnen für das Ostderby gegen Rot-Weiß Erfurt. Einfach eine Mail an info at juni-media.com Und mit ein bisschen Glück seid ihr dabei, wenn der Ball wieder rollt. Ich gebe Ihnen einen Hohen. Pass auf. Siehst du, wie ich die Gurken immer ständig retten montiere? Ja, guck mal. Dann fangen wir an, ja? Ja. Na los. Sechs. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. So. Gut. 100 ist eine Marke. Und das mit dem Ball. Das wird nicht lang dauern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, war eine eindeutige Sache. Wir beide werden folgendes noch mit den Bällen machen. Und zwar werden wir hier Autogramme sammeln nachher in einem Bus. Pauli fängt an mit dem Autogramm sozusagen. Ich habe auch einen Stift besorgt. Und wir werden das Ganze versteigern bei Ebay für einen guten Zweck später. Ich denke, da wird uns ein guter Zweck einfallen. Dazu später mehr. Pauli fängt an. Und das war es mit der zweiten Ausgabe des Hansa Magazins. Beim nächsten Mal werden wir ein bisschen auf die Saison zurückgucken, auf das Jahr 2010. Und dafür wünschen wir viel Spaß. Und da wird uns ein bisschen auf die Saison zurückgucken.